Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Sieht ihr jetzt schon bei 93 Elemente? Davon sind zwei Bilder. Und dann sind aber auch Doppelfolgen. Ich hab jetzt schon über 90 Folgen. Ich bin noch nicht mal... Ah, das wird ganz viel. Ich kann's leider nicht ändern. Ich bin so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier oben soll ja was sein. Da reitet noch ein Anderer. Da reiten noch Andere. Cool. Hier ist ein Ei. Sollte ich mal auf jeden Fall landen. Das Ei, da brauch ich für mein... ...Kran. Tadellos und trocken. Hier sind noch mehr. Ausgezeichnet. Kriegst du erst mal? Erst mal gucken wir mal hier. Das ist da. Da ist auch noch was vor uns. Und da ist auch noch ein Tarsäus-Setzling. Den brauchen wir auch. Also jetzt lohnt sich auf jeden Fall hier hoch zu gehen. Fliegen wir! Was ist da hinten? Da ist eine Malerei, ne? Oder ein Lager. Wir werden erst mal... Nein. Du kriegst erst mal so ein Ei. Ja! Was ist denn das jetzt hier? Och! Das hasse ich. So, dann gucken wir mal weiter. Da sind noch mehr Eier. Ich muss mir das mal markieren. Hab ich doch. Das ist... Irgendwie, ne? Hier sind ganz viele von diesen Eiern. Da hinten müssen wir hin. Das ist aber ein bisschen hoch. Das nehmen wir noch mit. Das ist jetzt noch was. Das ist jetzt noch ein bisschen hoch. Das ist jetzt noch ein bisschen hoch. Und dann sehen wir das noch die Eier. ist sie das da das ist was anderes immer weg ein drachen die sollen wir einsammeln ein sessuardrachen den vermisst doch jemand haben wir das habe ich aber immer noch nicht die blüte ja wo ist die denn ist ja ein witz ne hier kann ich nicht durch ich habe das doch markiert auf der karte da ist der setzling hier die ist tiefer ja ja wo hier ist das lager jetzt den weg da rein finden das ist ja ein bisschen seltsam nicht gegenfliegen mach doch der fliegt denn einfach nicht los ich suche einen weg man kann nicht gut seitlich fliegen das funktioniert irgendwie nicht so fliegen und gucken geht nicht es muss doch denn hier irgendwo reingehen da kriegst du augenkrebs bei hier ist nirgendwo ein eingang da haben sie denn hier diese plattform gemacht hier ist auch noch irgendwas was ist das ein sarento totem machen wir das erstmal noch ein totem von wo habe ich wohl die beste sicht darauf ich muss mir das genau ansehen das andere müssen wir aber auch noch finden jetzt muss ich aber erst mal die erste ding sehen da ja 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 da ja ja Diese sinnlose Gesuche. Ja, ich will das natürlich haben. Aber ist denn doch schon ein bisschen pleit. So, hier zeigt er hin. Da zu diesem Felsen. Ja, toll. Jetzt hecht er genau da hin. Ist es drüben auf einer Seite. Hier ist ja nichts. Ist es zu weit, bin ich überzeugt. Ja, meine Überzeugung war auch richtig. Hier ist es nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht schwimmen. Das ist doch nicht unter Wasser. Und hau' wieder auf. Ich sehe hier nichts. Da ist es. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Wo war es jetzt? Hier ist ein Ei. Hier ist auch ein Ei. Ein Verfütterungsei. Hier sind viele Eier, ne? Ich mache den Eierhandel auf. Ha, ha, ha. Ach, hier ist es drinne. Uh. Da in der Höhle. Bogenschützendickicht. Eine Windflöte. Ist da oben drauf? Ne. Ich bin schon zu weit. Gehe ich mal von... Ah ja. Von aus. Da. Siehste? Ich war schon zu weit. Da ist das Ding. Machen wir noch schnell die Flöte. Nein, die ist da hinten. Ah. Hier. Da lang. Da lang. Ich hoffe mal, dass man da was sehen kann. Aber so richtig nicht, ne? Ah ja, toll. Ach so. Ach so. Ach so. So. Jetzt habe ich mir das ins Auge gerieben. Oh, das brennt. Ah. So. Mal genau gucken. Da in diese Richtung muss das sein. Da ist da hinten dieser Stein. Wo das Spuckteil drauf ist. Und da haben wir es schon. Ja, spuck ruhig. Was haben wir denn hier, hä? Ich kann mir vorstellen, wie die Sargentu hier rasteten, bis ein starker Sturm vorbei war. Sie saßen am Feuer und erzählten Geschichten von anderen Clans. Und die Geschichten machten sich auf die Reise von einem Erzähler zum nächsten. Wie viele Geschichten wohl schon verloren gegangen sind, seit unser Clan verschwand. Viele. Ob wir sie jemals wieder aufleben lassen können? So, jetzt noch schnell da hinten hin. Zur Flöte. Und dann suchen wir die anderen beiden Sachen, ne? Das schaffen wir noch. Und der Wind zehrt am Haus. Da geht schon die Post ab. Klangunst. So. Jetzt gucke ich noch mal. Da müssen wir hin. Da ist aber auch nichts zu sehen, ne? Ich hole mal, Kerl. Ho, 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 ho. Wo ist sie? Da. Das ist nicht gut platziert, Kerl. Das muss ja da irgendwo sein. Irgendwo muss es reingehen. Aha, was ist das hier? Na ja, die Hoffnung starb zuletzt, ne? Ach, so geht frei umsehen. Ja, vielleicht sollte man mal die Steuerung benutzen. Aber da unten geht's doch nur rein. Und hier ist ja kein, kein Eingang in dem Sinne, ne? Nee. Was ist denn da? Das wär's, ne? Irgendwo müssen wir doch hier reinkommen. Ah, da muss auch ne Stelle sein, oder ne Möglichkeit sein. Dass, äh... Unser Ikran da landen kann. Ja, ja. Ja, ja. Vielleicht denke ich ja auch zu kompliziert. Ja. 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 Und es geht von hier irgendwie rein. Uah! Ach, da habe ich was gesehen. Hier. Sorry, ich denke, zu kompliziert. Aber jetzt sind wir richtig. Oh, das hatten wir noch nicht. Richtig mit Taugen. Ah, wir müssen hier lang. Ah, wir müssen hier lang. Ah, wir müssen hier lang. Ja. Und hier. Von hier sind wir gekommen. Ne. Das muss irgendwie hier gehen. Was bin ich denn jetzt? Was ist das hier? Da ist erstmal der Setzling. So, jetzt haben wir wieder vier Skill-Punkte, ne? Ne, ein. Ich hatte den anderen ja ausgegeben. Sorry, habe ich vergessen. Ich habe eine Herausforderung geschafft. Einer fehlt mir aber noch. Der da bei diesem 20er-Lager, ne? Geistertreffer. Ich verursache 30 Prozent mehr Schleichschaden. Cool. Jetzt fehlen mir diese beiden hier, glaube ich, noch, ne? Lerne in den Schatten zu wandeln, damit deine Pfeile unentdeckt ihre Ziele treffen. Wir haben jetzt drei Punkte. Hey! Wir kommen jetzt hier wieder raus. Na gut. Wir haben beide Sachen, ne? Wir haben hier ne... Die Flöte haben wir, die Schnellreise haben wir. Ich kann jetzt hier, hier hinreisen. Dann brauche ich nicht rumkriechen. Und dann gehen wir zu diesem einen Lager, was mir noch fehlt. Hier. Zu diesem. Halt. Zu diesem. Hier wollen wir hin. Zu dem. Zu dem. Zu dem. Zu dem. Zu dem! Und dann, wenn ich da bin, melde ich mich wieder, ne? Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!